So meine lieben Freunde, neues Hertha-Video hier am Dienstag. Gestern gab es ja mal einen Tag kein Video dafür, aber genug Content auf unserem Knife-Kanal von Nico und mir könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Worum geht es heute in diesem Video? Es geht unter anderem, das bin ich euch noch schuldig, der Hertha-Nachwuchs, die U23, wie hat die denn am Wochenende gespielt? Es geht um die Verletzten, die zurückkehren auf den Trainingsplatz. Es geht um Lukas Ullrich, der Wechsel zu Gladbach steht jetzt wirklich kurz bevor. Und es geht um einen Bericht von Sky, dass Eitschberger eventuell wechseln könnte, meine Meinung dazu, hier in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Heute Abend sind wir um 21 Uhr bei mir auf Twitch und talken zusammen mit Nico, unserem wöchentlichen Bundesliga-Talk. Und danach habe ich eigentlich noch zwei Reactions vor, wollte eigentlich auf Mappy-Stadion-Vlog reagieren, Tommy's Coffee-Talk natürlich mit euch machen. Und ich wollte noch auf den neuen Podcast von Vorwärts-Westend, Haohä, reagieren, zumindest auf den ersten Teil. Liebe geht raus da an, die coole Twitter-Page. Und ja, das sind so die Sachen, die wir heute vorhaben. Ich habe jetzt noch eine coole News für euch. Es hat ja gefühlt zwei Jahre gedauert, weil ich immer keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Und auch jetzt hat es ja mein Kumpel hier alles gemacht. Diese Käppis hier sind jetzt endlich online im Shop. Ich verlinke euch den mal unten, der Edelmann-Shop. Vorne ist Berlin drauf, hinten ist Berlin drauf, vorne Edelmann. Ihr seht, ich bin richtig aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Weil es einfach, ja, weiß ich auch nicht, ich bin richtig aufgeregt, dass einfach vielleicht irgendwelche Leute einfach Käppis tragen von mir. Finde ich eine richtig coole Sache. Vielleicht findet ihr die ja auch ganz cool und habt da Interesse dran. Auf jeden Fall ist es jetzt endlich soweit. Lasst uns loslegen mit den Fußball-Härter-Themen. Ja, unsere zweite Mannschaft war bei Lichtenberg zu Gast und konnte da die ungeschlagen Serie weiterhalten. Hat nämlich 2 zu 2 gespielt. Damit ist der Nicht-Abstieg auch eigentlich rechnerisch jetzt perfekt. Man hat durch dieses 2-2 16-Punkte-Vorsprung auf Mäusewitz verbleiben. Dürften nur noch vier Partien sein. 1-0 ist man relativ früh in Führung gegangen durch einen Elfmeter von Maurice Czovic. Elfmeter-Entscheidung war allerdings ein bisschen fragwürdig. Eitschberger wurde da vermeintlich gefoult. Dann gab es einen Elfmeter für Lichtenberg. Den hat Schuck gehalten, sehr gut. Gab es nochmal einen Elfmeter. 1-1, dann 2-1. Und dann der Schlusspunkt 2-2 durch Abdullativs siebtes Saisontor. Auch sehr, sehr interessanter Mann. Sollte man auf jeden Fall auch mal für den Profikader, je nachdem wo wir in der nächsten Saison sind, im Auge behalten. Weil er auch relativ flexibel einsetzbar ist. Spielt öfter mal auch auf den Flügeln. Kann hinter den Spitzen spielen. 19 Jahre noch jung. Kann aber auch im zentralen Mittelfeld generell spielen. Achter. Wie gesagt, schon siebtes Saisontor. Von ihm hat sich echt gemacht. Bei den Profis sei ich schon im Herrenbereich. Muss ich sagen. Und ja, Hertha befindet sich jetzt auf Platz 12. 47 zu 50 Tore. Minus 3 ist das Torverhältnis. 42 Punkte. Wie gesagt, am 30. Spieltag 16 Punkte Vorsprung vor Mäusewitz. Da weiß man ja auch noch gar nicht, wie viele Klubs am Ende tatsächlich absteigen. Das kommt ja immer darauf an, was in der Liga darunter, in der Oberliga passiert. Wie viele Vereine steigen aus welcher Region auf. Und dann wird man erst sehen, wer absteigt. Aber Hertha hat, nachdem es lange wirklich danach aussah, dass man tief im Abstiegskampf einfach ist, dann wirklich durch diese sechsmal nicht geschlagenen Spiele echt gut die Kurve bekommen. Und man sieht auch immer wieder coole Spiele, wo man junge Leute von uns sieht, wie die sich immer weiterentwickeln. Das ist ja nicht nur ein Abdullativ, sondern auch ein Rölke zum Beispiel. Scherndt hatte da ja auch nochmal Spielpraxis gesammelt. Deswegen ist für mich die U23 mal ganz, ganz interessant. Ja, heute auf dem Trainingsplatz standen dann wieder Marton Dallai, Marco Richter, Jovetic und Boateng. Alle wieder zurück, was schon mal gut ist, dass die Alternativen wieder da sind. Suat Serdar und Kemp waren ja nur gesperrt. Die standen sowieso auf dem Trainingsplatz. Ein Gangkamp fehlte allerdings mit einem Infekt. Da hoffen wir mal, dass es da schnellstmögliche Genesungen gibt für Jessic. Und wünschen uns natürlich, dass er nächstes Wochenende wieder spielen kann, in dem ja doch so wichtigen Spiel. Ernst, Tiag Ernst, der ja auch ausgefallen war. Und auch ein Sona trainieren individuell. Und bei einem Sona hat man endlich mal eine Vermeldung bekommen, dass es nicht mehr so weit weg ist von dem normalen Mannschaftstraining. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nach so einer langen Verletzung nicht, dass er diese Saison noch eine Minute bestreiten wird. Aber vielleicht kann er ja die nächste Vorbereitung mitmachen und nächstes Jahr dann in welcher Liga auch immer angreifen. Ich halte weiterhin einen Sona jetzt für einen Spieler, den man nicht verkaufen sollte. Weil normalerweise, dadurch, dass er ja so lange verletzt war, dürfte er uns ja nicht auf die Tasche gelegen haben. Das müsste ja normalerweise dann die Krankenkasse übernehmen beziehungsweise die Versicherung sein Gehalt. Und er ist ja weiterhin noch ein junger Spieler. Ablöse haben wir eh schon bezahlt. Ablöse würden wir jetzt auch nicht viel für ihn bekommen, nachdem er zwei Jahre verletzt war und hier überhaupt keine einzige Pflichtspielminute für uns bestritten hat. Also warum nicht es nochmal mit dem als Backup versuchen? Oder vielleicht ist er ja auch unser Heilsbringer in der neuen Saison. Ich glaube schon, dass der junge Mann was drauf hat und der ist ja weiterhin auch noch mega jung. Ja, ein Talent, was uns verlässt, wurde heute nochmal von der BILD berichtet. Ist zwar noch nicht fix vermeldet, aber ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis gewesen. Lukas Ullrich war ja klar, dass er uns verlassen wird. Ablösefrei. Da hatten wir ja, wie gesagt, probiert mit Bobic, ihn letztes Jahr nicht ziehen zu lassen. Da wollte Gladbach ihn schon verpflichten, um dann mit ihm zu verlängern. Hat dann aber nicht die Spielzeit bekommen, beziehungsweise auch nicht die Kader-Nominierung bekommen, die er sich erwünscht hätte. Gerade auch unter Sandro Schwarz. Und hat dann gesagt, er wird gehen. Das hatte Benni Weber auch schon bestätigt, dass er das Angebot, was wir ihm gemacht haben, nicht annehmen will. Und da sagte man ja auch schon, er wird zu Gladbach gehen. Jetzt ist das laut der BILD auch soweit bestätigt, als dass diese Woche jetzt diese Tage der Medizin-Check bei den Gladbachern stattfindet. Ja, ihm alles Gute soweit. Finde es natürlich schade. Weiß auch nicht, ob es für ihn persönlich die richtige Entscheidung ist. Klar, bei Gladbach geht jetzt Benze Baini. Da wird aber auch ganz entscheidend sein, ob er dann den richtigen Schritt gemacht hat. Was ist denn jetzt? Vertrauen sie auf Luca Netz? Weil der ist ja kein Stammspieler gewesen. Er konnte sich nicht durchsetzen gegen Benze Baini, was jetzt auch keine Schande oder so ist. Aber was passiert denn, wenn Gladbach jetzt für die neue Saison sagt, na ja, nur mit Luca Netz und Lukas Ullrich wollen wir eigentlich nicht in die Saison gehen. Lass uns mal einen Stammspieler verpflichten. Ja, dann kann es gut sein, dass Luca Netz sich ausleihen lässt. Hat es ja auch schon mal angeklungen, so in der Gerüchteküche. Und dass Lukas Ullrich dann der Backup wäre. Aber dass er da Stammspieler ist, sehe ich jetzt nicht zwangsläufig gut. Bei uns kommt noch die Lage hinzu, dass wir entweder absteigen oder nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ganz tief im Abstiegskampf stecken. Aber wenn er wirklich spielen will, und das hatte er ja damals in dieser U23-Doku, als wir gegen Liverpool gespielt haben, gesagt, er will unbedingt Bundesliga spielen, hat er auch genauestens vermieden zu sagen, ich will für Hertha Bundesliga spielen. Dann weiß ich nicht, ob das der beste Schritt für seine Karriere war. Wie gesagt, Worst Case ist, sie holen einen neuen Stammspieler-Linksverteidiger. Luca Netz bleibt, dann wird er nicht mal eine Kader-Nominierung haben. Dann hätte er auch bei Hertha bleiben können, zumal wir dann wahrscheinlich nicht mit Plattenhardt verlängert hätten und mit Lukas Ullrich und Mittelstädt in die Saison gegangen wären, gegen den er sich eventuell hätte durchsetzen können oder zumindest mal sein Backup gewesen wäre. Also schauen wir mal, ob das aus seiner Sicht das Richtige war. Ablösefrei wird er gehen, dennoch erhalten wir eine kleine Ausbildungsentschädigung. Niedriger sechsstelliger Bereich wird da gemunkelt von der Bild. Aber das ist ja auch so schätzungsweise das, was man so bekommt an Ausbildungsentschädigungen. Brauchen wir jetzt auch nicht nachtrauen. Wer nicht für uns spielen will, ist schade. Großes Talent, aber am Ende traue ich jetzt so den Spielern auch nicht nach. Es ist halt nur ärgerlich, dass man dann Spieler so verliert, ohne dass man wenigstens eine gute Ablöse für die bekommt. Und der Weg müsste ja eigentlich sein, dass wir ihn dann abgeben und weil er ein paar Bundesligaspiele gemacht hat, wenigstens eine Millionensumme kassieren. Da kann man sagen, hat sich die Ausbildung wenigstens für uns gelohnt. Aber so ist es nun mal. Ja, dann ein weiteres Talent. Der hat ja ein Glück bei uns verlängert und hat auch einen langfristigen Vertrag. Julian Eitschberger, da hatte gestern Sky berichtet, dass der 19-Jährige wohl ausgeliehen werden könnte in der kommenden Saison. Hat bei uns noch Vertrag bis 2026. Wäre also eine Laie, nichts anderes macht ja aus unserer Sicht Sinn, ohne Kaufoption. 350.000 Marktwert im Gespräch. Laut Sky sind wohl der Lask, der Linzer-Klub aus Österreich als Laie. Oder der FC Groningen. FC Groningen wurde ja auch öfter mal, da wo er jetzt Pepi spielt von Augsburg gerade, der wurde ja öfter mal auch Seefolgen wieder mit in Verbindung gebracht, dass er da vielleicht zurückkehren könnte. Er ist ja auch Rechtsverteidiger, konnte sich bei uns nie durchsetzen. Spielt auch bei Verona in der Serie A bei seiner Laie keine Rolle, wird also wahrscheinlich wieder auf der Matte stehen. Da würde ich sagen, dann nimmt doch er Seefolgen zurück und gibt uns wenigstens noch eine Ablöse für den, anstatt jetzt Aichi auszuleihen. Wobei man eben auch sieht, Spieler, die es am Anfang in der Bundesliga vielleicht schwer haben, wie ein Pepi, sich da auch gut durchsetzen können. Wobei Groningen auch tief im Abstiegskampf steckt. Also wäre auch die Frage, ich glaube, ich sage da jetzt nichts Falsches, wäre auch die Frage, spielt er nächstes Jahr überhaupt in der Ehredevise oder dann eben in der zweiten niederländischen Liga. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich macht eine Laie eigentlich unter keinen Umständen wirklich Sinn. Weil ich würde tatsächlich nicht nochmal verlängern mit Pekarik. Das kann man dem jungen Mann jetzt auch nicht mehr antun. Egal, ob wir in die erste oder zweite Liga gehen. Und wie sieht es dann bei uns aus? Bleiben wir in der Liga, wird bestimmt auch ein Kenny bleiben. Hat jetzt für mich auch eine gute Leistung unter Dardai gebracht. Kommt halt darauf an, was auch der neue Trainer oder eben dann Pal Dardai in der neuen Saison will. Aber einen Kenny hätte man da. Der wäre auf jeden Fall ein Aspirant für einen Stammplatz. Und dahinter, wenn Pekarik weg ist, wäre er dann schon Eitsperger als Backup, als Herausforderer. Und das würde ich umso mehr in der zweiten Liga sehen. In der zweiten Liga könnte es sogar sein, ich weiß ja nicht, was Kenny verdient. Wir haben ihn zwar ablösefrei bekommen, aber er kam aus England. Könnte schon sein, dass er jetzt kein Mini-Gehalt bei uns hat. Kann sein, dass wenn wir absteigen, Kenny abgeben. Dann musste er überlegen, wen du noch zusätzlich zu Eitsperger holst. Oder ob Pekarik wirklich nochmal verlängert. Aber eigentlich stehen die Chancen darauf, dass er Spielzeit bei uns, bei den Herren sammelt, gar nicht so schlecht. In keinem der beiden Fälle. In der zweiten Liga vielleicht sogar noch mehr, wenn Kenny wechseln sollte. In der ersten Liga kann es ja auch sein, wenn irgendeiner für Kenny ein Angebot hinlegt, müssen wir es wahrscheinlich eh annehmen, weil wir sind ja auf Transferüberschüsse angewiesen. Also aus meiner Sicht macht es eigentlich kaum Sinn, ihn auszuleihen, weil da einfach nicht diese Blockaden sind. Nicht wie es öfter mal bei Ulrich vielleicht gewesen wäre. Bei Ulrich hätte man vielleicht sagen können, komm, wir verlängern dich jetzt im Sommer und leihen dich direkt mal zu einem Zweitligisten aus. Dann kommst du wieder und dann kannst du spielen und wir verlängern eben nicht mit Plattenhardt oder Mittelstädt. Da hätte ich es verstanden. Aber bei Eitsperger sehe ich jetzt gar nicht so die Blockaden. Es sei denn, man behält Kenny und will noch einen Stammspieler-Aspiranten holen. Das wäre dann so das ähnliche Verfahren wie bei Gladbach eben mit Luca Netz, dass man einen Ersatz für Benzebaini holt und dann streiten sich Luca Netz und der Ersatz eben um den Stammplatz. Und bei uns wären es dann Kenny und der neue Spieler. Aber warum nicht Eitsperger? Entweder man vertraut ihm und man traut ihm das auch zu. Hat ja jetzt auch viel Erfahrung im Herrenbereich in der U23 gesammelt. Oder man sagt, ja, können wir ihm noch nicht zutrauen. Aber wann will man ihm es dann zutrauen? Ich meine, der ist jetzt 19 und spielt ja schon. Er hat für die U23 insgesamt schon 18 Spiele gemacht, drei Vorlagen beigesteuert. Ist ja auch schon zu einem 45-minütigen Profi-Einsatz gekommen, als er noch 18 war. Letztes Jahr unter Felix Magath auf dieser Linksverteidiger-Position, wo er für meine Begriffe dann ein bisschen verbrannt wurde, weil es einfach nicht seine Position ist. Aber entweder man sagt, guck mal, wir haben dir jetzt einen Vertrag gegeben bis 2026. Wir vertrauen auf dich. Du kannst schon ein Backup machen mit 19, das geht. Oder gerade wenn wir absteigen, wohin willst du ihn verleihen? Willst du ihn dann in eine höhere Liga verleihen? Ja, wohl eher nicht, um Spielpraxis zu sammeln. Willst du ihn dann in die dritte Liga verleihen? Also für zweite Liga sollte es dann schon für 19-Jährigen vielleicht als Backup reichen. Oder vielleicht sogar als Stammspieler. Also ich würde da eigentlich nicht so wirklich eine Laie sehen. In der U19 hat er ja 25 Spiele gemacht, zwei Tore, drei Tore, fünf Vorlagen. Hat auch in dieser Saison wieder in der U19 sowohl im Pokal der Junioren als auch in der Endrunde, als auch in der Liga gespielt. Da hat er insgesamt fünf Spiele gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen. U17, 19 Spiele, kein Tor und eine Vorlage die Jahre davor. Und ist ja auch schon ein deutscher U-Nationalspieler. Hat immerhin für die deutsche U18 und U19 sechs Spiele schon bestreiten dürfen. Was ich an ihm schätze, mir fehlt manchmal noch so ein bisschen defensiv die Körperlichkeit. Das könnte natürlich in der Bundesliga schwierig werden. Was ich an ihm schätze, ist sein Tempo und vor allem sein Offensivgeist. Gerade in der U23, da traut er sich natürlich viel mit nach vorne zu gehen. Und das, finde ich, ist ein attraktiver Rechtsverteidiger, wie man ihn sich wünscht. Einer, der viel mit nach vorne geht und da auch viel über sein Tempo regelt, gerne und viel Flanken schlägt. Oft auch selbst in den Strafraum eindringt. Dadurch hat er ja auch wieder den Elfmeter rausgeholt. Also ich würde ihn eigentlich gerne, egal welche Liga, und ich rechne natürlich eher mit der zweiten Liga, gerne bei uns mehr integrieren in der neuen Saison, wo ich ja sowieso auf den Trainer hoffe, wer auch immer das dann macht. Pahl oder irgendjemand anders, der sehr viel Jugendspielern Spielpraxis gibt. Ja, und wenn es nicht reicht, wenn man absteigt für die zweite Liga als Backup, dann frage ich mich, warum man dann überhaupt mit ihm verlängert hat. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Eitschberger, würdet ihr den verleihen? Oder seht ihr die Kaderplanung da ähnlich wie ich? Was sagt ihr zu den Sona? Ich, wie gesagt, sehe da nicht, warum soll man den Vertrag auflösen? Warum nicht einfach nochmal mit ihm probieren? Und was sagt ihr jetzt zu Ulrichs Abschied? Wie gesagt, bringt nichts meiner Meinung nach, Spielern eine Träne nachzuweilen. Ist natürlich trotzdem nicht optimal gelaufen. Vielleicht wäre er auch geblieben, wenn Dardai Vorjertrainer gewesen wäre. Ist alles spekulativ, aber vielleicht hätte er dann einfach mehr Kader-Einsätze bekommen, weil Dardai ja öfter mal mit Mittelstädt auf dem Flügel plant und dann wäre er der Backup quasi für Plattenhard gewesen. Hätte, wäre, wenn und aber, so ist es jetzt, müssen wir mit leben. Heute relativ kurzes Video, aber wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt ja genug Content auf dem zweiten Kanal, auf dem Kanal mit Nico und mir. Wir streamen heute wieder genug. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich mit einem HOH. Ich denke mal, morgen gibt es wieder ein längeres Video, spätestens ja dann am Donnerstag wieder ein längeres Video. Dann nämlich der Vorbericht zum Spiel gegen Stuttgart. Und deswegen werden wir am morgigen Mittwoch auch ein Watch-Jalon machen zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Stuttgart im DFB-Pokal, um uns, unseren Gegner nochmal genauer anzuschauen. Wie tritt der denn auf im DFB-Pokal? Am besten für uns wäre, glaube ich, wenn die 120 Minuten spielen und dann verlieren und ein bisschen, vielleicht auch mal die erste Niederlage haben unter Sebastian Hoeneß. Ja, das so an Infos. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wetter ist ja ganz okay. Und wir sehen uns später auf Twitch. In diesem Sinne bis dann. Hau he und ciao. Wetter ist ja ganz okay.